Ein zögernder DAX, ein starker Dow und S&P und ein sehr schwacher Nasdaq. Das ist so der Wochenstart, den wir bisher zumindest mal so ein bisschen miterleben konnten. Der DAX gar nicht so schlecht unterwegs. Wir sehen das hier jetzt nach dem Gap, was wir in der letzten Woche noch gesehen haben, nicht irritieren lassen. Das wäre jetzt nicht das nach dem Wochenende, aber heute so richtig Vortrieb haben wir da noch nicht. Wenn wir mal so gucken, was jetzt hier am 10. also heute jetzt so passiert ist, das ist mehr oder weniger alles noch zur Seite. Aber, meine Güte, Pause darf erlaubt sein, solange es nicht dramatisch nach unten geht, ist ja erstmal alles safe. Safe ist das richtige Stichwort. Safe scheint es zu sein bei den Klassikern, bei den Blue Chips, bei den Standardwerte-Indizes, denn die gehen quasi nur nach oben. Also da gibt es überhaupt kein Vertun. Wir sehen das hier im 15-Minuten-Chart. The sky is the limit, könnte man sagen. Es strebt nach oben Richtung Höherem. Es gibt nichts, was hier im Moment den Markt aufzuhalten scheint. Im Gegenteil, kaufen, 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 was nach oben geht, das passt schon. Beim S&P ist es vielleicht nicht ganz so deutlich zu sehen. Da sind wir ja so ein bisschen wenigstens in der Warteschleife. Also ihr seht das 15 Minuten. Die Zeiteinheit ist exakt die gleiche. Also hier sehen wir schon den Einfluss, den wir wahrscheinlich auch jetzt in den Techies gleich sehen, nämlich das, was wir hier beim Nasdaq sehen. Und das ist schon ganz schön deutlich, wie stark der Kurs jetzt hier nach unten geht und wie beschleunigt das Ganze eben auch stattfindet. Also nicht so toll sieht es hier jetzt aus. Solange allerdings die Marken bei 13.400 bleiben, dieses Zwischenhoch, wäre theoretisch ja noch alles einigermaßen gut erklärbar. Nur wenn die dann auch durchstoßen, werden viele Techniker dann sagen, naja, aber ist das noch das, was ich eigentlich haben will? Wahrscheinlich eher nicht mehr das. Also ungemacht rot, zumindest mal bei den Wachstumstiteln, das deutete sich ja schon ein wenig an, was die Großen angeht zumindest mal. Nachdem wir die Datensituation in der letzten Woche hatten, die ja letztlich nicht wirklich begeistern konnte. Ja, das ist vielleicht die richtige Wortwahl. So schlecht war es gar nicht, aber doch werden viele Fragezeichen versehen. Also die Zahlen per se gar nicht so schlecht, aber man konnte angefangen von Tesla, wo man sagte, ja, aber ja auch sehr stark wegen der Emissionsverkäufe. Bei Apple beispielsweise, ja, auch alles super, aber die Chip-Problematik, die trifft euch im nächsten Quartal. Also es gibt immer bei diesen Titeln oder gab in der letzten Woche ja viel Feedback im Sinne von, ja, aber, ja, ja, aber sozusagen. Also das war nicht so der Bringer, was das angeht. Und wir wissen ja, dass die großen Titel Amazon, Microsoft, Apple, wen haben wir noch, Alphabet und so weiter, dass die ungefähr die Hälfte des Nasdaq ausmachen. Und wenn die eben nicht in der besten Stimmung sind, dann ist es halt doof. Und eine Tesla und eine Apple, die sind halt eben auch, was Chart-Technik angeht, nicht auf der besten Seite. Da sehen wir schon relativ schnell, dass da ungemacht droht. Mal gucken, ob ich das jetzt hier so schnell aufrufen kann. Hier, Tesla, ich will euch gar nicht verwirren durch eine Vielzahl von Titeln. Ihr seht das hier. Ich habe die hier auf meiner To-Do-Liste eher für die Short-Seite aktuell. Denn genauso, wie wir das normalerweise angucken hier bei den Indizes, nämlich die scharfe Abwärtsbewegung, das Wackelige nach oben, so sieht es ja auch bei Tesla aus. Also Tesla ist nur ein Vertreter, der jetzt nicht so wirklich die Stärke hat. Ich meine, wenn ich bei Amazon gucke, ebenfalls nicht so richtig die Stärke aktuell. Die Chance wäre jetzt gewesen, es kommt wackelig runter. Aber ich will jetzt auch nicht jeden einzelnen Titel mit euch hier durchgehen. Aber ich sage mal, da sieht man schon, dass die Tech-Titel aktuell eben alles haben, aber eben keine Stärke. Also das ist so ein Punkt, über den wir natürlich dann immer wieder mal stolpern und dann eben sagen, okay, dann halt in diesem Fall die longen Richtung nicht. Also es bleibt natürlich spannend. Ich drücke euch die Daumen, wenn ihr mehr Interesse daran habt, auch eben solche Titel mal ein bisschen genauer anzugucken, auch dann vielleicht mal Intraday-Updates zu bekommen. Dann kann ich euch dringend empfehlen, meldet euch an für den Trade des Tages, beziehungsweise für Born for Trading. Für beides. Das eine ist ein Handelsvorschlag, den wir machen, so wie wir umgehen, damit man da ein bisschen reinschmecken kann mit unseren ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken. Und das Born for Trading gibt eben die Hinweise auch nochmal auf Smartphone, sodass man zwischendurch mal so ein bisschen Informationen auch dann per Videobeitrag hat. Also beides hat so seine Berechtigung. Deshalb meldet euch idealerweise bei beiden an. Es ist ja kostenfrei, es kann euch nicht viel passieren damit. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und viel Erfolg an den Märkten.